Weil sich ein Gast nach 40 Minuten Wartezeit über sein Essen erkundigt hat, soll er jetzt extra zahlen. Ein Mann wollte gemeinsam mit seiner Freundin essen gehen, doch dort erlebten sie eine böse Überraschung. Das Lokal berechnete dem Paar 10 Euro mehr, als sie eigentlich hätten bezahlen müssen. Der Grund, der Kellner habe die Gäste als zu anstrengend empfunden. Auf der Rechnung wurde deshalb vermerkt, Beleidigung Kellner 10 Euro. Der Mann beteuerte jedoch, dass er sich nicht unhöflich verhalten habe und sich nur nach dem Essen erkundigt habe. Tatsächlich ist das kein Einzelfall. In dem Restaurant wird immer mal wieder auf so eine Art Schmerzensgeld auf die Rechnung geschrieben. Nämlich dann, wenn das Personal die Gäste als besonders anstrengend empfindet. Bezahlt habe die Gebühr nach Aussage des Restaurantinhabers bisher aber niemand. So auch in diesem Fall. Der Gast hat mit Abzug der 10 Euro Gebühr passend bezahlt und ist kommentarlos gegangen. Wie hättet ihr denn in so einer Situation reagiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.